Wir kommen zu dem zweitwichtigsten des Streams, was 20 Jahre alt ist. Vom Bordstein bis zur Skyline, meine Freunde. Denn dieses Album wird heute unfassbarerweise 20 Jahre alt. Guckt ihr euch ein, damals Anis Fershishi als Bushido noch mit dünn rasierten Linienbart hier und fieser Chain auf dem Cover seines ersten Solo-Albums. Vom Bordstein bis zur Skyline. Erstmal Glückwunsch an diese wunderschöne Platte für das 20-jährige Jubiläum. Hat Bushido dazu eigentlich irgendwas gepostet? Also irgendwie, weiß nicht, vielleicht so eine Insta-Story oder sowas? Nee, ne? Kam da was? Überhaupt irgendetwas? Ein Like auf irgendwas oder so? Nee, ne? Covers irgendwie mehr? Ach, Bruder, das Cover ist Legende. Ja, hör mal auf. Das Cover ist, äh, das ist Classic, Digga. Und das war für damals, war das geil. Das richtig schön Untergrund-Asi-Proleten-Rap, äh, was hier suggeriert wird mit diesem Cover. Das Cover suggeriert, was in diesem Album steckt, meiner Meinung nach, ja. Das ist legendär, Digga. Auch so dieses Grün, dieses Bushido-Grün, das Grüne B, unfassbar, ja. Was das für ein Markenzeichen wurde über die nächsten Jahre, konnte, glaube ich, keiner ahnen, der hier bei diesem Projekt in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt hat. Das Gift Grüne B, richtig. Genau, das Gift Grüne B, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unfassbar, ne? Also, von Bordstein bis zur Skyline ist das erste Bushido-Album gewesen. Ich zähle hier keine Demos dazu, ja, kommt mir nicht mit King of Kings. Das ist das erste richtige Album von Bushido gewesen. Vor genau 20 Jahren, am 14.07.2003, erschien das Ganze. Wer besitzt das von euch entweder als CD oder Kassette, ja, irgendwie in physischer Plattform? Mal den Bushido hier in den Chat hier, meine Freunde. Weil da bin ich mich extrem neidisch drauf, Digga. Safe CD, krass. Fett Rap-Download. Ja, ich habe das Album auch auf Rapid Share, habe ich mir das ersteigert, ja. Hat auch gar nicht so viel gekostet, nämlich nix. Also, von Bordstein bis zur Skyline war das erste und gleichzeitig auch das letzte Bushido-Solo-Album, was über das damals im Aufschwung befindende Label Acro Berlin released wurde. Ja, genauso wie CCN vorher mit seinem Tag-Team-Partner Frank White im Oktober 2002 war das. Ja, danach ging es ja weg von Acro Berlin rüber zu den Majors mit Elektro-Ghetto. Das Album vom Bordstein bis zur Skyline sollte sowohl für Bushido als auch für Acro Berlin der erste Chart-Erfolg werden. Das Album ist damals auf einem beachtlichen Platz 88 gechartet. Ich glaube, egal wie man zu Bushido heute steht, keiner wird mir widersprechen, wenn ich sage, dass dieses Album absolut wegweisend war. Es war ein Meilenstein, es hatte entschiedenen Einfluss auf den deutschen Hip-Hop. Und da gibt es meiner Meinung nach auch keine legitimen Gegenstimmen. Dieses Album hat Deutschrap geprägt wie kaum ein anderes. Dieses Album war wegweisend für den Erfolg von Bushido, aber auch für den Erfolg von Acro Berlin. Damit wurde sozusagen der Stein ins Rollen gebracht. Es gab ein erstes Musikvideo, was dann auch ab und zu mal zu später Stunde über Viva über die Bildschirme geflimmert ist. Wer kann sich erinnern, Leute? Wahnsinn, ja. 2003, Bushido. Das erste Mal auf Viva und MTV, yo. Und man hat sich gefragt, was ist denn das? Alter, wie rücksichtslos und kompromisslos ist das denn? Bitteschön, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Bushido erst mit der Elektro-Ghetto-Single wahrgenommen, ja. Aber hatte dann ungefähr auch den gleichen Effekt bei mir halt, ja. Ich saß da und dachte mir, boah, ist das krank. Ist das krank. Wie geil ist das denn? Hier ist etwas, hier passiert gerade was. Hier passiert ein verdammtes Movement, Alter, ja. Wahnsinn, Digga. Ey, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, Digga. Ja, unfassbar. Unfassbar, Digga. Und deswegen ist es auch wenig wunderlich, dass es in den nächsten Jahren, ja, in den folgenden Jahren, dann ganz, ganz viele kleine Bushidos gab, die diesen Stil imitierten, die diesen Stil versucht haben nachzuahmen. Gab ja dann auch von Bushido selbst so einen Song, der kleine Bushidos hieß, was einfach nur Real Talk war, ja. Und das gibt bis heute, ja, also muss man wirklich auch sagen, ja, wo eigentlich so poppige Afro-Trap und Bongo-Trommel und Drill-Mucke die Charts und die Playlisten dominiert, ja, gibt es bis heute Referenzen und Zitate aus diesem Werk. Wir können uns erinnern an Asche letztes Jahr, ne, der einem Klassiker namens Elektro-Faust, ja, auf Sinatny Knochenbrecher Tribut gezollt hat. Da war ja dann auch dieses Jackie Chan, Sinatny Knochenbrecher, Drunken Master Film-Sample auch drin, ja. Legendär. Legendär, Alter, Wahnsinn, ja. Ja, das war ja dann sozusagen so der erste Wink mit dem Soundfall, dass Bushido das gerne macht. Filmzitate einbaut, Filmtitel einbaut, Filmvergleiche einbaut, was er dann im Nachfolger noch übertrieben hat, ja, mit seinen ganzen Van Damme-Zitaten. Yeah, Van Damme Leinhardt, der Universal Soldier, das ist Bloodsport, yeah. Es ist auch meiner Meinung nach ein sehr traditionelles Album, vom Bordstein bis zur Skyline, denn das ist ein Album, was man sich als komplettes Werk sehr, sehr gut geben kann und dich in einen Film mitnimmt, ja. Das hat keinen Mixtape-Character, das wirkt nicht so wie eine Playlist, ja, wie eine Ansammlung von Songs des gleichen Künstlers. Es wirkt wie ein Film, der im Aufbau einen roten Faden hat, der sich zum Schluss dann in den Climax kumuliert und danach den Zuschauer auch so zurücklässt, dass er diesen Film sich gerade zu Ende gegeben hat, ja. Produziert wurde das Ganze überwiegend von Bushido und DJ Elon, DJ Elon auch eine lebende Legende, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Sido hat auch einen Song produziert, Renn war das, mit Alles ist die Sekte zusammen, ja, also der Song mit seiner Posse und den hat Sido dann auch produziert und der CCN-Partner Frank White ist hier auf insgesamt sechs Tracks. Mama, ich liebe diesen Menschen. Leider nicht auf Spotify, ja. Denn die beiden Streithähne haben sich da so gezankt, dass die, ich glaube, erst wurde CCN offline genommen von Spotify, ne, und dann wurden alle Flair-Songs von dem Album von Bushido bis zu Skyline. Mama, ich liebe diesen Menschen. Ich glaube, so der Dreh war das. Das ist natürlich schade, dass man hier nicht den Fan sozusagen als erstes, ja, im Kopf hat und deswegen nur eine Rumpf-Version des Albums auf Spotify hat. Wir geben uns natürlich das komplette Album, ist ja völlig klar. Wenn ihr aber mal schaut, könnt ihr bei Bushido raufgehen und werdet das Album als Re-Release finden. Das war, glaube ich, Teil seines iGroove-Deals, ne, wo er seinen ganzen alten Katalog rüber gescheppert hat. Und hier sind halt lediglich 13 Songs. Also sechs Songs fehlen und das sind alle Songs, wo Flair mit drauf ist. Also Flair findet hier sozusagen auf der Spotify-Version des Albums nicht statt. Ja, da sind krasse Songs dabei, ne. Ey, wirklich, ohne Scheiß, ja. Guck mal, was zum Ende fehlt allein schon hier, ja. Drecksstück. Bruder, Drecksstück ist es auch ein wegweisender Song gewesen, ja. So Storyteller-mäßig unfassbar, ja. Wirklich unfassbar. Der geht, glaube ich, auch fünf Minuten oder so, ne. Zukunft fehlt, richtig, ja. Was sind so eure, für alle die, die das Album natürlich, ja, von Anfang bis Ende kennen, ja, in- und auswendig, was sind so eure Favorite-Tracks? Schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig. Ist auch wirklich ein geiles Album, Digga, ja. So viele großartige One-Liner auch drauf hier, ja. Elektrofaust Berlin bei Nacht, ja. Also Elektrofaust auf jeden Fall, ja. Shepard direkt rein bei Nacht auch, ne. Wir geben uns natürlich auch das Split-Video hier, wenn es dann an der Reihe ist. Das machen wir bei Nacht, würde ich sagen. Der Song Bushido mit Biddy13 hier noch mit am Schlüssel, ja. Wahnsinn. Stupid White Man auch geil, ja. Das war so zur George W. Bush-Era. Unfassbar, dass dieses Album mittlerweile 20 Jahre alt ist. Es ist wirklich eine der besten Deutschrap-Klappen aller Zeiten. Für mich halt zusammen mit dem Nachfolger, Skylines in Bordstein zurück und Sony Black, definitiv das beste Album. Das sind die drei besten Alben von Bushido, die drei besten Solo-Alben. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch jetzt, das komplette Album hier nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und dann, wenn ich das erste Mal auf Herz und Nieren zu prüfen.